Servus Allerzsamm. Ich strom ein Grotner der Wengler durch die Wälder rund um den Waldsteingipfel, bin im Moment unterhalb des mächtigen Felsenturms Schüssel und hab gedacht, da könnte ich euch eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, woher die Schüssel eigentlich ihren Namen hat. Denn Tatsache ist ja, dass man da Heizertuch relativ wenig von irgendwelchen Mulden und Schüsseln drauf erkennen kann. Der Hintergrund ist unglaublich spannend. Der Waldstein, müsst ihr euch vorstellen, war damals in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein sehr beliebtes Ziel für die ersten Touristen, die sich damals selber auch Lustwandler nannten. Das Ganze ist damit auch der deutschen Romantik zuzuschreiben. Die berühmtesten Vertreter davon sind Novalis oder auch Kaspar David Friedrich. Und genau diese Entwicklung gab es auch bei uns hier im Fichtelgebirge. Menschen aus den Städten zogen in die die städteumgebenden Wälder, um hier eben der göttlichen Schöpfung bzw. dem Schöpfer im Allgemeinen wieder etwas näher zu kommen. Aus dieser Entwicklung sind beispielsweise die Luisenburg und auch der Bürgerpark Theresienstein bei Hof entstanden. Aber dazu gehört eben auf der anderen Seite auch die Infrastruktur hier oben am Waldsteingipfel. Damals also zogen die Menschen hier herauf und wollten es sich in gewisser Hinsicht gut gehen lassen. Und um das zu ermöglichen, hat man überall entlang des Gipfelzuges verschiedene Pavillons gebaut, am Ende sogar das Hospiz-Weidstein errichtet, das heutige Weidsteinhaus. Und auf der höchsten Erhebung des gesamten Weidsteinzuges, die damals schlichtweg Felsenturm hieß, einen kleinen Aussichtspunkt geschaffen. Oben auf diesem großen Felsenturm befand sich in der damaligen Zeit eine natürliche Verwitterungsmulde, die eben einfach durch Erosion entstanden ist, von der sich der Name Schüssel ableitete. Es war also tatsächlich eine Felsenschüssel, die sich ganz oben auf der höchsten Erhebung des Weidsteins befunden hat. 1833 tauchte das erste Mal der Name Schüssel für diesen Felsenturm auf, der dann eben eine dermaßen große Bekanntheit auf sich gezogen hat, dass 1851 auch ein sehr bedeutender Gast hier oben vorbeischauen wollte, nämlich der bayerische König Max II. Und weil jetzt natürlich Max II. nicht unbedingt diesen recht anstrengenden Anstieg hinter sich bringen wollte, um diese Schüssel zu besichtigen, haben sich die Leute in der näheren Umgebung eine ganz wunderbare Idee eifern lassen und haben gesagt, wir bauen für den König einen kleinen Pavillon, der ihm auch entsprechend ausgestattet sein muss. Man zog also aus, meißelte diese steinene Schüssel mehr oder weniger ab, hat den Rest, der davon übrig geblieben ist, verfüllt und darauf den Pavillon gebaut, der bis heute auf dem Schüsselfelsen droht. Zu allem Überfluss und in einem Anflug von Patriotismus hat man den Pavillon auch noch in den blau-weißen Landesfarben des Königreichs Bayern angemult und außenrum mit wunderschöner Buntglasfenster eingefasst, damit ihm der König auch ein standesgemäßes Unterstellhäuschen dort oben vorfinden konnte. Dumm ist gewesen, dass Max II. den anvisierten Besuch 1851 aus Zeitgründen nicht antreten konnte und so ist tatsächlich am Ende der Pavillon mehr oder weniger umsonst gebaut worden. Macht euch also gerne selber mal auf eine Reise entlang der Spuren Max II. durchs Fichtelgebirge und ganz wichtig, genießt die wunderbare Aussicht von unserer Schüssel. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und sage bis zum nächsten Mal. Ade der Wall. Servus!